Immer noch Supporter, ok. Schöne Pflaume essen erstmal hier. Die habe ich eigentlich versucht zu schneiden, weil ich schöne Scheibchen habe, die ich essen kann. Aber die scheiben gehen natürlich nicht vom Kern ab bei der Pflaume. War natürlich eine dumme Idee, demnach. So, wir sind da, ich höre jetzt mein Pio an. Wobei das glaube ich nicht die beste Idee war, oder? 70, 40, doch, das ist eine sinnvolle Idee. Ich nehme das da, ich nehme das da, und dann nehme ich das da, bin ich doof. Ich muss mich einfach zurück, als Support Lux. Den einen, den ich dann mehr hätte, den Trank, das lohnt sich glaube ich nicht. Ich ping mir halt erstmal alle Leute an, die lebendig sind. Du bist weg. Ich habe keine dunklen Geheimnisse, sondern hell. Getroffen. Ersten 10 Gold habe ich. Ja. Wir haben den ersten 10 Gold. Und wir können halt Thresh-Ding nicht traden. Ja, komm. Ich geh mal lieber da weg, ne? Ich wollte bloß eine Sith haben. Der Rest ist nicht meins. Den Rest brauche ich nicht. Ja, jetzt habe ich auch alle meine Skills. Ich halte die Flagge. Ja, ich halte mich für. Die sind schrägst du. Die sind schrägst du. Ach, was bist du überhaupt noch hier, Swain? Ach, shit. Free Gold! Free Gold! What? Yo! Wann das für ein Lag? Sag ich jetzt mal Back. Shit, krieg ich nicht. Nicht mehr ansatzweise krieg ich die, hab ich verkackt. Ja, ich wusste nicht ob du rankommst, deswegen hab ich den genommen, Mensch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich es nicht weiß. Ich weiß nicht. Ah, dass ich die genommen habe, war nicht gut. Ich hoffe, jetzt kommt hier kein Jungler. Die haben halt so engaged. Wow. Hier raus. Nein, I'm dead. Niemand will ja nichts mehr tun, wenn ihr den hittet. Fuck. Auch ein Zeug verbraucht. Das ist halt mein eigener Fehler, dass ich den Hook mir fange. Das ist halt dumm. Äh, ja. Cutter holt. Komplett gefressen, Jungs. Okay, wir haben den... Moment, wir haben den hier wieder von dieser Wurst. Bin dumm. Bin dumm. Bin dumm. Bin dumm. Und... Da hätte ich eher da sein können, glaube ich. Nein. Ehh... So... Wow. Ja, ich weiß. Aber hier ist halt nichts... Ja. Ich kann nicht, dass er zu der Cutter gehen kann. Ich wollte dir halt helfen, Jurek. Dass die Kata wieder in der Mitte zurück war, habe ich nicht realisiert. Dadurch konnte ich nicht durch die Mitte zurücklaufen. Hey, Kacke. Zweimal sind wir uns reingepumst. Was, Kata hat sich einen Red Buff geholt? Okay. Nicht strange. Und weil das Yasuo da oben rumdancen, wenn wir anfangen zu fighten, ist halt auch wieder... ...einer hat wieder nur Bock auf Farms. Das sieht mir jetzt aus. Und der geht in die Rollen. Und gut, der holt einen. Aber mehr halt auch nicht. Platz, Kata. Du hältst halt auch nicht so aus. Was? Achso, mein Quest ist abgeschlossen. Meine 100, 500 Gold. Oh, mein Gott. Viel zu lang geblieben, Dude. Viel zu lang geblieben. Wir dürfen uns nicht so oft terminieren lassen. Ich bräuchte mal Assists. Was tust du? Was? Warum? Dead. Ach, Jungs. Wie wär's nicht mal runterkommt hier? Geis. Alter, die lassen halt den Support alleine gegen drei Leute im Turm verteidigen, Mann. Was ist falsch mit euch? Was ist falsch mit euch? Ja, die Runde sind sich ein nach andern jedes Mal. Das ist so dumm. Und dead. Warum? Warum lasst ihr euch so hart baiten? Boah, nimm du den mal. Das ist nicht, glaube ich, umso tankigster Dude tatsächlich noch. Und du kassierst aber übel hart von mir. Holy shit. LOL. Wie ist sie denn ausgehört? Das ist vorhin, da kann ich dir nicht mehr helfen. Oh Gott. Wie der Tower, wie er ihn hier um ihn geht. Oh, ich hab' einen Kill gekriegt. Ey, ich krieg aus meinen 1v3s immer Gegner Kill. Ja, also. Jorik ist halt nur ein Speedpushen, Alter. Der ist stompest fuck. Okay, reicht's einfach mit ihm hier bein. So, fertig. Die nebein gerissen. Ja, wieder einer. Und dann zwei. Warum tust du das? Warum tust du das? Ja, so. Warum bist du einfach nur ein Ja, so. Und gehst 1 gegen 2 fighten. Und du bist auch nicht tankig. Geh da raus. Du hast nicht genug so weit. Das ist, 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 das ist. Und das ist, das ist, du bist. Ach, Jungs. Dass ihr so unfähig seid, raffe ich halt einfach nicht. Swain geht halt auf full damage, ne? Kein Lifest... Moment, aber man, das Swain so wenig... So wenig Items. Was zum Geier? Äh, Jungs, wie wär's, wenn wir erstmal die verteidigen? Okay, dann nehm ich halt jetzt mit formen. Alles klar. Läuft. Ah, jetzt hat man das Auge des Herods erstmal benutzt. Ich geh mal back. Ah, back hier auch nicht mehr, gleich haut ich noch meine Ultran. Und wieder eine Dead, weil er im gegnerischen Jungle rumlunzt. Ist das nicht mal close geworden, ne? Und Yasu, Yasu schlenzt da auch wieder drin rum. Alter, ist halt so... Gut, da gibt noch jemand mit, ausnahmsweise, aber... Wirkbrechkotz. Was die da zusammenspielen. Holy macaroni. Ich gehe an meine Grenze. Es sind halt immer zwei Toren von uns. Inzwischen haben die mehr Kills als wir, halt. Das ist so dumm. Ist so schön angefangen. Sofortland schön, die Leute geärgert. Wir haben halt null Vision, Jungs. Wie wär's, wenn ihr ein bisschen mehr Vision holen würdet? Ähm, und wenn wär's, wenn du dein Ulti mitnimmst? Trotzdem getroffen. Äh... Okay. Hat den Dragon gemacht. Okay, da ist das von mir aus. Ja, okay. Das kann sein. Inzwischen mache ich ja Damage. So ein bisschen. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab's nicht realisiert. Ich hab's überhaupt nicht realisiert. Oh, ich hab's einen Toplane machen. Guck mal, ob hier wieder irgendwas steht. Da steht was, okay. Guck ich glaub ich nicht rechtzeitig hin. Oh, shit. Ah, geht rein. Ich hab's nicht realisiert. Ich hab's nicht realisiert. Oh, shit. Ich hab's nicht realisiert. Aber du feitest halt Ewigkeiten weiter, Ewigkeiten um drei Tage, das ist halt dumm. Ich hab' versucht, mit meinem Engage da was zu reißen. Lief gar nicht so kacke, aber auch nicht gut. Ich seh' grad'n ja, mein Watch steht noch. Könnt' ich, glaub' ich, inzwischen mach' ich einen Baron stellen. Äh, dich brauch' ich nicht mehr. Dafür kaufe ich erstmal die Stopwatch. Und wieder Einer gegen fünf, jawoll! Und er ist tot, weil er hat sogar noch einen Kill gekriegt, lol. Now finish this, ich bin nur verteidigen. Jurek, warum nicht finishen? Okay, Jurek hat keinen Bock zu finishen. So, ach so, die feiten immer noch wird. Eheh, 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 eheh. Wunder, du bist mir zu schnell. Bleib mal stehen. Und dann den armor лайk, war es ja also auf earthly Yap purchases. Ja! usiht in der Laufnahme? Ma' das ist ja! Wir haben ja auch schon versuchen, das Centre-Geschhair produziert. Jawoll. Und jetzt enden bitte. Jetzt bitte das Ende. Guise. Einfach Ende. Mit dem Shit. Natürlich. Ich komm da mit. Swain, du machst das richtig. Das ist die richtige Idee. Das ist die einzige sinnvolle Idee. GG. Geht doch. Was soll ich denn, dass hier noch Ewigkeiten rauszögern, wenn wir am Ende nur gar noch verlieren können? Holy Shit. Ah, hier Swain. Dafür kriegst du ein GG. Einfach nur dafür das Ende. Sehr schön. Hatten die noxianischen Champion. Blachentürme und bla bla bla. Okay. Finally. Und direkt in der First Win. Sehr schön. Sehr schön. Ich bin ein bisschen zu oft gestorben wahrscheinlich. Ja, A+. Leider nur. Da hätte ich die zwei Kills mittendrin nicht abgeben dürfen. Da wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Ich meine, ich hatte sogar 58 Farm. Das ist vollkommen okay. Das finde ich. Und ich habe auch nicht Damage gemacht. Auch zwischendurch. Mal so zum Spaß. Grafiken. Wenn dieser Portlux zweitmeisten Schaden im Team hat. Der Pyke war halt nutzlos. Es tut mir leid, aber ich finde der Pyke war nutzlos. Und Yasuo hat halt 24-7 gefightet. Der Stand hat 15. Er hat schon zwischendurch 6-8. Der hat am Ende zumindest ein bisschen besser Files genommen, aber der Pyke war halt.